Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Legung hier auf meinem Kanal. Ja, man hätte vielleicht mal das Mikro ran machen sollen. So meine Lieben, ich muss erstmal ganz kurz das Mikro noch richtig ran machen, damit ihr mich besser verstehen könnt. Okay meine Süßen, herzlich willkommen liebe Stiere, Ferdinand und Co. Für euch zur Information im Hintergrund, schnarchener Hund und quietschende Vögel ist normal. Wundert euch bitte nicht und tut mir einen Gefallen, stört euch auch nicht daran. Wie gesagt, mein Kollektiv, was mich schon länger kennt, die kennen das. Da bin ich auch sehr dankbar über das Verständnis zu unseren lieben Vier- und Zweibeinern. Meine Lieben, wir beschäftigen uns heute in dieser Legung mit dem Thema, was kommt demnächst auf dich zu. Das ist aus der energetischen Sicht eine ganz interessante Geschichte. Ich habe im letzten Jahr, November schon, habe ich mir diese Karten bestellt. Und zwar ist das ein neues Tarot von dem, ich kann immer den Namen nicht aussprechen, Jiru Marchetti. So, entschuldigt bitte. Jiru Marchetti. Und der hat das Tarot Mystic Palette Tarot rausgebracht. Und es hat ein bisschen gedauert, bis es über den Teich gekommen ist. Aber jetzt ist es angekommen und ich habe gedacht, und diese Legung mache ich mit diesem Tarot, weil das ist echt cool, das Tarot. Ich zeige euch das mal. Also erstmal liebe ich ja diese schönen Farben, die Karten sind auch nicht ganz so klein. Ja, letztendlich normale Größe, aber der Jiru Marchetti, der kann auch anders, der kann auch ganz andere Größen herstellen. Und deswegen, also alles Tutti Paletti. Ein schönes Tarot, bunt, sehr dynamische Farben und auch ganz klare Bilder, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, dieses Tarot werde ich diesmal für die Legung nehmen, weil das ist einfach, das passt auch jetzt zur Jahreszeit. Also von dem her habe ich gedacht, okay, das nehme ich mit. Dann werde ich euch hier das Orakel of Vision, das ist auch von dem Jiru Marchetti, das werde ich mit dazu nehmen. Da geht es um eure Vision. Und wir schauen uns an, welches Portal sich öffnen möchte. Welches Portal möchte aktiviert werden. Das sind die Orakelkarten von dem Carl Gray, auch sehr genial. Und wenn es hier etwas zu klären gibt mit dem Tarot, da werde ich uns eine Neunerlegung für euch legen. Die, die auf meinem Zweitkanal sehen, liebe Tarot sind, die werden diese Neunerlegung kennen. Da mache ich die ganz oft. Und wenn es da etwas zu klären gibt, dann werde ich das hier mit dem Lenormor von dem Jiru Marchetti auch nochmal tun. Und so, meine Lieben, ich würde sagen, wir starten los. Und wir beginnen als allererstes mit den Aktivierungskarten und mit dem Orakel of Vision. Weil das sind dann so Überschriften, die sind dann doch ganz wichtig, bevor wir hier losstarten. So, und da fällt auch schon, nee, zwei will ich nicht. Ich wollte eine haben, ansonsten ziehe ich die Karten. Nee, immer zwei. Nein. Ja, die nehmen wir. Die, die sich umdreht, die nehmen wir. Alles andere bleibt weg. Aber da können wir zwei nehmen. Okay, gut. Ja, sehr kurz entschlossen heute das Universum, wie ich mitkriege oder wie ihr mitkriegt. Also, das Portal, was ich bei euch öffnen möchte. Denkt bitte daran, diese Legung ist zeitlos. Das muss ich auch nochmal sagen. Dann, wenn du dir diese Legung anguckst, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, dass du hier gewisse Botschaften oder diese Message, die hier durch mich durchkommen möchte, für dich, dass du, lieber Stier, dir diese Message bitte anhörst, reinfühlst. Entweder nimmst du sie mit oder du lässt sie einfach liegen, okay? So, also wir haben mit das Akasha-Sternentor. So, der Aufgabe verbunden am Scheideweg, kein Weg ist falsch. So, warum habe ich jetzt gerade so gestockt? Warum konnte ich jetzt gerade nicht reden? In dem Moment habe ich die Botschaften bekommen. Zur Erklärung. Die Akasha-Chronik oder das Akasha-Sternentor. Ja, das ist das Tor, was vor der Akasha-Chronik steht. Das heißt, da geht es dann in die Akasha rein. Das heißt, das ist das Buch des Lebens. Da steht alles, was dir passiert, was du vereinbart hast, alle Seelenverträge, alle Menschen, denen du begegnen wirst, alle Lernaufgaben, alle schönen Sachen, alle nicht so tollen Sachen. Wie gesagt, im Universum gibt es kein toll, kein nicht toll, keine Urzeit, kein traurig, keine Fröhlichkeit, sondern das ist reine Energie. So, und das, was wir jetzt hier leben, was du empfindest, was du fühlst, lieber Stier, das ist das, weil du ein Mensch bist. Ja, die Energien haben keine Emotionen. Die haben nur wir als Menschen. Ja, so. Das heißt also, du stehst jetzt gerade vor dem Tor, um hier eine Entscheidung zu treffen. Egal, wie du dich entscheidest, es ist in dem Moment genau der richtige Weg und es ist genau die richtige Entscheidung. Und du bist dieser Aufgabe verbunden. Das heißt, du hast diese Aufgabe wie in einem Seelenvertrag in der Akasha stehen. Da hast du niedergeschrieben vor deiner Inkarnation. Das heißt, es ist jetzt Zeit, eine gewisse Aufgabe wieder zu lösen. Du stehst vor einer Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen, um dann weiterzugehen. Aber egal, was du tust, egal, welche Entscheidung du triffst, es ist kein richtig und kein falsch. Es ist völlig in Ordnung. Ja, also es ist so. Es ist. Und damit sind wir schon wieder im Hier und Jetzt angekommen bei dir. So, meine Lieben. Dann haben wir einmal, ja, du möchtest hier, guckt euch mal bitte die Dame an. Die Dame sitzt auf dem Hocker, halb angezogen und möchte sich hier diesen Herrn nicht angucken. Es könnte bei einigen für darum gehen, um die Liebe, dass ihr euch von einer Person abwendet. Ja, ihr möchtet hier weder etwas betrachten noch analysieren. Da haben wir hier wieder der Scheideweg oder am Scheideweg stehen, ja, wo man sagt, okay, ich möchte mit dieser Person einfach nie wieder was zu tun haben oder ich möchte mit dieser Person aktuell gerade nichts zu tun haben. Also hier ist es ganz wichtig, diese Situation, lieber Stiel, hier ins Bewusstsein zu holen. Ja, das ist diese eine Message. So, das ist diese eine Vision, die ich hier für dich habe. Die andere, die gekommen ist, sind Nachrichten, Fristen und Vorwegnahme. Hier geht es darum, dass jemand sagt, du pass mal auf, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ja, dann gehe ich meinen eigenen Weg. Oder du sagst hier vielleicht auch, also pass mal auf, wenn du dich bis dann und dann nicht gemeldet hast und dich für die Tat oder für das Tun nicht entschuldigt hast oder dich nicht bereit erklärst, mit mir darüber zu reden, ja, in welcher Form auch immer, das kann geschäftlich sein, das kann privat sein, in der Liebe, wie auch immer, dann wirst du hier deinen eigenen Weg gehen. Dann wirst du hier sagen, also ich werde überlegen, bevor du hier mir eine Frist setzt oder bevor du hier irgendwas tust, werde ich die Vorwegnahme nehmen und werde dir sagen, wie meine Parameter sind. Also hier ist Stier ganz klar vor einer Entscheidung, die Stier treffen darf. Ja, ich habe auch wieder den Edelsteinstab der Kommunikation, also Zwillinge. Es steht absolut für Kommunikation, für das luftetes Leichtje, für die Luftigkeit, für die Leichtigkeit, so. Und wir haben jetzt am Wochenende haben wir den Vollmond und das ist so krass, weil ich jetzt diese Legung gerade so, auch wenn sie zeitlos ist, aber die Energien schwingen ja mit. Das heißt, hier ist Unruhe angesagt, hier ist Überlegung, hier ist Entscheidungsfindung angesagt, hier ist, du sollst dich mit dieser Aufgabe in Verbindung setzen, du sollst hier, eventuell, wenn du Nachrichten bekommst oder du selber jemanden an Nachrichten versendest, sollst du dir genau überlegen, setzt du die mit einer Frist oder wie ist deine Vorgehensweise, inwiefern bist du mit diesemjenigen gut oder nicht gut, ja. Und das ist hier auch eine Entscheidung, die auch getroffen werden darf oder beziehungsweise die natürlich in Akasha schon steht. Aber du bist ja Mensch und lehrt Planet Erde, das heißt, du darfst dir jetzt Gedanken machen, was ist denn jetzt hier los und wie möchte ich denn jetzt gerne weitergehen, ja. So, wir gucken uns jetzt mit einer neuen Erlegung an, um was es hier bei dir geht. Ja, ich hoffe, dass ich das hier hinkriege mit dem Licht, meine Lieben, wenn nicht, dann muss ich euch das sagen, weil sonst kriege ich das nachher vom Platz nicht hin. Wir haben hier den, muss ich euch zeigen, wir haben hier den König der Stäbe, dann haben wir hier die Sieben der Stäbe. Also, du bist hier relativ flott unterwegs, du bist hier genau in der entgegengesetzten Energie, Stier bist du unterwegs, wie du sonst bist. Normalerweise bist du ein Erdzeichen, du bist relativ ruhig, entspannt und gelassen, aber das bist du aktuell überhaupt nicht, weil du fühlst dich nämlich, du fühlst dich nämlich in einer Position, wo du das Gefühl hast oder wo du der Meinung bist, du musst dich rechtfertigen, du musst dich rechtfertigen für dein Handeln und tun, das musst du nicht, das ist schon mal Fakt. Du bist hier sehr egoistisch unterwegs, aber das hat hier auch seine Gründe, ja, je nachdem wie du hier mit dieser Person nämlich in Resonanz stehst oder auch nicht, haben wir hier einfach die Thematik, dass du dich in einer gewissen Abwehrhaltung befindest, ja. Wir haben die Sechs der Münzen, hier ist das Geben und Nehmen nicht mehr im Einklang. Also, hier ist irgendwas nicht mehr so, wie es sein soll und das hast du auch im Kopf und das ist das, was dich stört. Wo du eventuell sagst, vielleicht gibt dir jemand oder muss dir jemand noch Geld geben und du sagst, also wenn ich das bis dann und dann nicht habe, dann werde ich weitere Maßnahmen ergreifen oder wie gesagt, jemand schuldet dir noch ein Gespräch oder du bist der Meinung, hier müsste mal etwas in Ausgleich kommen. Das ist gerade sehr interessant. Wir gucken mal weiter, wie es hier weitergeht bei euch. So, was haben wir denn hier? Ja, auf der Herzebene bist du der König der Münzen, da kommst du wieder in deine Energie. Also vom Kopf her bist du relativ schnell, ja, du bist da sehr emotional, du bist da sehr feurig unterwegs, aber auf der Herzebene, was letztendlich dich selber betrifft, kommst du wieder in deine Energie an oder in deine Energie an. Es könnte hier sein, dass du dich hier vor einer Königin der Stäbe rechtfertigen musst, ja. Ich gehe mal davon aus, es könnte zum Beispiel sein, dass du Stier, du bist der Stier, ja, mit Aszendent eventuell Feuerenergie und dass du aber eine Partnerin hast, die hier sehr feurig unterwegs ist, ja, und die dich hier vor veränderte Tatsachen stellt, beziehungsweise die hier der Meinung ist, du musst dich hier von, über Bezug nehmend auf deinen Handel und tun, musst du dich hier rechtfertigen, ja. Es kann eine Frau sein, kann ein Mann sein, da musst du mal gucken, inwiefern, wir haben alle männliche und weibliche Anteile, wer das hier bei dir sein kann. Es ist eine Person, die sehr feurig ist in deinem Leben, es ist eine Person, die, ja, die möchte, dass du dich für etwas hier rechtfertigst, so nach dem Motto, letztes Mal habe ich das gemacht, jetzt musst du das machen, ne, dann haben wir hier wieder das Geben und Nehmen, was da nicht im Einklang ist, ja. Also wir haben hier eine Konfliktenergie mit einer anderen Person, ja. Ja, und du bist aber hier von deinen, von deinen Energien her sehr, sehr emotional, sehr gefühlt, fühlst orientiert, du reagierst hier nicht wirklich schnell, sondern du fühlst eher, was sehr positiv ist, ja, aber wenn es dir reicht mit dem Geben und Nehmen, dann wirst du auch dieser Person die Grenzen weisen, das habe ich hier aber auch drinne. Interessanterweise ist sie aber in der Legung, oder diese Person, er, sie, ja, also diese Person ist hier im Mittelpunkt, also sie, diese Person bedeutet dir schon eine ganze Menge. Und die hat auch ganz direkt was mit dem Geben und Nehmen zu tun, mit dem Ausgleich. Wir gucken mal, wie es jetzt hier weitergeht bei euch. Was haben wir denn hier? Tja, super, wir haben hier die Zehn der Münzen. Also, ist jetzt ganz gut, alles super, alles paletti. Sieht so aus, als wenn sich das Thema regeln würde. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was mit den Finanzen zu tun hat, hier, lieber Stier. Also, es gibt hier eine, diese, diese Thematik, die ich hier sehe und die ich auch fühle. Ich höre mal Geld klimpern, ja. Das ist ganz witzig. Es ist hier eine Situation in Bezug auf die Finanzen, wo entweder du jemanden noch was schuldest oder jemand dir etwas schuldet. Vielleicht willst du das auch aussetzen und willst hier gerade den Konflikt nicht mit dieser Person. Weil, wir haben hier einmal den Mond und der Mond ist ja nicht gerade eine aktive Energie, sondern eine sehr gefühlsbetonte Energie. Und wir haben hier aber auch den gehängten Mann. Und der gehängte Mann und die Finanzen, da schaust du dir diese finanzielle Situation, wo es dir letztendlich ganz gut geht, aber aus einer anderen Perspektive an. Also, du begutachtest, du fühlst in die Person rein, warum ist die so, warum macht die das jetzt so. Aber das heißt auch, dass du nicht aktiv bist. Ja, es gibt aber eine Lösung. Guck mal, Stier. Wir haben hier einmal den Narren und wir haben hier einmal das Ast der Stäbe. Ja, und das ist so ein bisschen das Ultimatum, ne? Also, entweder bekommst du ein Ultimatum gesetzt oder du setzt ein Ultimatum. Du bekommst auf jeden Fall, spätestens wenn du hier aus der Situation des gehängten Mannes rauskommst, bist du wieder an deiner Leichtigkeit. Der Narr steht übrigens auch für Neuanfang, aber ich sehe eher die Leichtigkeit in dem Narren. Und mit dem Ast der Stäbe sind wir wieder in der Anfangsenergie von dir. Also, du spiegelst auch unheimlich diese Person. Ja, so nach dem Motto, so du mir, so ich dir. Pfui, oi. Ja, also da ist dann halt schon, gewisses Konfliktpotenzial ist dann schon zu sehen. Und was ich echt mega finde, ist, du wirst hier in die Energie der Herrscherin kommen. Also, du wirst dir hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Du wirst deswegen auch der gehängte Mann, du weißt, wer du bist und du weißt, was richtig oder was nicht richtig ist. Ja, du wirst definitiv deinen Weg, egal welchen du wählst, der wird für dich richtig sein. Ja, ich sage nochmal, kein Weg ist falsch. Also, du schaust dann hier schon eher auf dich. Ich möchte jetzt aber mal hier in die Königin der Stäbe schauen. Also, gehen wir davon aus, es ist eine männliche Person mit weiblichen Anteilen, extrem weiblichen Anteilen, sehr feminin. Ja, und wir wollen mal gucken, was gibt es hier noch zu sagen zur Königin der Stäbe. Eine Botschaft bitte für die Königin der Stäbe. Ja, die Zeit tickt, sie macht Druck. Sie weiß, dass hier, ja, sie ist auch nervös, die Person. Ja, sie ist nervös, sie weiß, dass, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du sozusagen etwas bekommen müsstest, was auch immer. Ja, und sie wünscht sich letztendlich hier eine Lösung, ja, dass hier dieses Thema sozusagen, diese Person wünscht sich eine Lösung zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Und diese Person hier legt sich hier auch nochmal ins Kartenbild rein. Also, das heißt, du hast es hier mit deinem Gegenüber zu tun, der momentan sehr feminin ist, der sehr feurig ist, der sehr viele weibliche Züge hat, der aufgrund dessen, dass du hier eventuell Frist setzt, hier nervös wird. Ja, also wie gesagt, schau mal, in welchem Bereich das für dich passt. Du bist auf jeden Fall an einem Scheideweg, wo du eine Entscheidung treffen musst. Und eins ist Fakt, du musst dich vor dieser Person nicht rechtfertigen. Hier geht es um das Geben und Nehmen, was nämlich nicht im Einklang ist. Und das ist genau der Punkt an der Sache. Und denke mal daran, es ist, in der Akasha ist es schon geschrieben. Es ist, du gehst in ein neues Theaterstück, ja, wo die Rollen schon verteilt sind. Und jetzt ist es an der Zeit, wer hat den Text am besten gelernt. In diesem Sinne, mein lieber Stier, ich weiß, du wirst es schaffen. Für alle die, die hier aus dieser Situation nicht alleine rauskommen oder die Fragen haben in Bezug dieser Situation, meine Lieben. Und am Ende dieses Videos gleich einmal, ja, das Video ist gleich zu Ende. Und dann swipet sozusagen das Video nicht zum Schluss, sondern dann kommt nochmal eine, wie soll ich sagen, nochmal eine Information für euch, die ich reingestellt habe für alle die, die gerne eine persönliche Legung möchten. Ich habe das ganze Geschehen von Reading, telefonisch und über WhatsApp, face to face, habe ich nochmal für euch überarbeitet. Und habe verschiedene neue Möglichkeiten euch mit ins Angebot gestellt. Also wer da Interesse hat, möchte ich sagen, der kann bitte gerne nach dem Video kurz dranbleiben. Dann kriegt ihr nochmal eine Information. Und dann freue ich mich, wenn ich Menschen, die sich strukturieren möchten, die sich weiterentwickeln wollen, die an sich arbeiten wollen, die gewisse Themen nicht verstehen und erklärt bekommen wollen, wenn ihr euch bei mir meldet, damit ich euch weiterhelfen kann, damit ihr in eurem Seelenprozess weitergehen könnt. In diesem Sinne, meine Lieben, fühlt euch umarmt. Alles Liebe, danke für euer Sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.